Ja, morgen Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo und zwar wollte ich euch nur einmal Bescheid sagen, dass heute leider nur Halo kommt. Ich habe nämlich gestern Abend meinen PC quasi auseinander gebaut, eine neue CPU eingebaut, ein neues Motherboard eingebaut und das Ganze hat bis heute Abend gedauert. Das heißt, ich habe knapp 24 Stunden daran gesessen und das Gute ist aber, der Stream kann gleich losgehen. Ich lade gerade Outlast runter, sagen wir in 10 Minuten beginnt der Stream. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link. Weitere Infos werde ich wahrscheinlich im Stream erzählen, was ich so getan habe, warum das alles so lange gedauert hat und ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich.